Ich gebe ihm mal 100 Dukaten mit. 100 Dukaten-Equivalente. In Edelstein, ja. Alles klar. Gut, wir fangen einfach mal von oben nach unten an. Alrigio, Abelmir, was möchtest du jetzt tun? Ich würde erst mal zum Grollenkin gucken, ob ich noch oben eingetragen bin, von dem ich nicht weiß. Wahrscheinlich in allen. Dann kann man sich rausstreichen lassen. Du kannst natürlich auch sofort aufgeben. Das hat dir natürlich eben, na gut, deine Arroganz verboten. Ich glaube, du musst da jetzt nicht drauf würfeln. Nach einer Nahtoderfahrung wirst du dich natürlich dann eben auch aus allen rausstreichen lassen können. Wird ich auch machen. Alles klar, gut. Sowas wie Bogen schießen oder Messer werfen würde natürlich gehen. Ja. Aber es ist halt dir überlassen. Du bist in allen eingetragen, wie auch immer das war. Mit Alrigio, den Tangiel, dein Name hier. Steht auch selten dahinter. Wie auch danach würde ich mich in unsere Herberge geben. Zum Blutkrug. Ja. Und mich auf meinem Zimmer zurückziehen. Und erstmal eine Arroana anzünden, anpurgeln. Und dann einen Balsam auf mich wirken. Gut, das heißt, du möchtest natürlich erst einmal dich heilen und damit das kein Kotongi mitbekommt, die Alraune. Genau. Dann kannst du den Balsam würfeln. Wunden hast du, wie gesagt, keine mehr. Das war ja durch Teriak und das verbrennende Schicksalspunkt. Es sei das alles gestattet. Du müsstest jetzt eben nur deine LEP auffüllen. Kannst du würfeln. Ich vermute, du wirst danach wieder zum Turnier dazustoßen, richtig, um Jalan zuzujubeln. Genau. Gut. Aminela aus. Das erste, was ich mache, ich möchte gerne einen neuen Sensor-Tackel an meinen Start sprechen. Okay. Selbe Rechnung wie damals. Plus 7, minus 4, minus 1 durch meine Sachen. Und ja, eine Vierer erschweren es dadurch, dass es plus 2 auf dem Start sprechen ist. Gut. Dann bekomme ich, nachdem du ihn gesprochen hast, bekomme ich einmal von dir und auch von Abelmir nochmal 2 W6. 2 W6 mysteriöse Würfel. Machen wir das erstmal. Dann bezahlt Abelmir 2 ASP mehr für den Balsam. Kannst nochmal W20 hinterher würfeln. Und Iolaus bezahlt 9 ASP weniger. Und einen weiteren W20. Wahrscheinlich ist der dann umsonst. Nein, die plus 4 Ignorier. Ja, ich weiß. Was tut... Achso, ja, einmal den Laus. Machen wir da weiter. Du hast den Sensor-Tackel im Stab? Ne, muss den noch sprechen. Ich spreche, ich sehe nicht so durch den gerade da. Ja, ist dran. Ja, die Erschwenders hast du reingetan. Ja, gut, alles klar. Was ist das nächste, was du los hast? Danach... Der Sensor-Tackel ist jetzt mit einem ASP da drin. Danach gehe ich jetzt, ja, Richtung Akademie. Möchtest du jemanden mitnehmen oder alleine gehen? Möchte mich jemand begleiten, frage ich einfach mal an die Runde. Wenn du fragst, komme ich mit. Gut, hier, Rudi kommt mit. Eisenmann? Ich würde Alrico eskortieren, weil er schwer verwundet ist und wir noch immer noch an Jörg und Max sind. Gut, dann, ich hatte dich ja noch nicht abgefragt, aber wenn du dann gleich da mitgehen willst, dann kannst du das tun. Kannst du dir dann den Blutkrug ansehen. Noch irgendwas, was du dann bei Alrico tun möchtest? Alricio. Eisenmann. Ähm, nö. Also wenn er mich da noch rausschickt, während er den Balsam macht, ist mir eigentlich auch egal. Kannst du da zugucken? Ja, dann gucke ich mir das an, wie er das macht. Irgendwelche Gespräche, die er noch führen möchtet, könnt ihr natürlich auch tun. Nö, ich würde ihn nur noch mal loben, dass ich das sehr mutig fand, dass er, auch wenn er da nicht eingetragen war, sich angetreten ist. Man muss ja auch mal die Magier loben. Okay, im Gegensatz zu dir. Ja, richtig. Vor allem hat er keine Drachenmagie benutzt. Gut, ähm, dann, Ömer, möchtest du mit in die, nein, du bist weg. Äh, Ömer hat sich verabschiedet, hat nicht gesagt, wo er hingehen will. Starkart. Starkart möchte nicht mit zur Magierakademie. Starkart möchte sich erst einmal diese Kämpfe zu Ende ansehen. Und dann Wetten bei den Kräumen abschließen. Genau, die Quoten ansehen und gucken, ja, wie stehen die Quoten. Ja, die Quoten sind, äh, wahrscheinlich so was wie 10% und wenn du dann auf die ganzen namhaften Leute, da brauche ich mal bitte eine Etiketteprobe von dir. Denn, äh, ja, die haben natürlich alle irgendwie einen Namen, aber damit du da dann den richtigen Mordbrenner raussuchst oder den richtigen Echsenreiter, den richtigen Alan Fahner. Boah. Da, warte ganz kurz, ich habe Glück vielleicht. Ich wollte gerade sagen. Das geht nicht. Hast du diesen Tag schon Glück beworfen? Soweit ich weiß nicht, nein. Na gut. Und ich würde ganz gerne die 20 neuen Würfel. Die 19 lässt du so? Ja. Eigentlich egal, ja, vier Punkte sind noch reiche. Ich wollte gerade sagen, also Intuition 17, Glück hat 14. Ja, ist egal. Da hast du ein paar Punkte mehr. Dann kannst du dir zumindest die richtigen namhaften Gegner raussuchen. Äh, du wolltest, äh, ja, also sowas wie 10% wirst du gewinnen. Dein Ansatz, dein Einsatz plus 10% bekommst du dann ausgezahlt, wenn du dir die richtigen namhaften Gegner raussuchst. Und da sind die Quoten natürlich sehr niedrig, weil alle auf die setzen. Aber du hast Erfahrung, äh, vor allem in Mendena, da gibt's ja auch eine Arena, da hast du das auch schon gemacht. Gut. Dann machen wir weiter mit der Akademie, äh, Jirudin, Jalan und Aminelaus, äh, Iolaus. Ihr könnt dann in Richtung der Arena gehen. Ein steingewordener Albtraum. Sieben zackige Krone. Eine Krone aus Türmen, die in den aus Wahnsinn verfallenen Himmel ragen. Sieben Türme. Äh, ziemlich dürr, einfach durch die unglaubliche Höhe. Einer höher als der andere. Bewährt mit Dämonen, Fratzen und Gergülen, rostigen Eisenspitzen. Ein dorniges Rangwerk und feurige Ströme. Also, äh, quasi ein paar geknechtete Steine. Das ist auf alle Fälle die Akademie des Schänders der Edemente. Ähm, ja. Der höchste Turm hier ist wohl der Sternenturm, der als höchstes Gebäude Aventuriens gilt. Blitze, die, äh, in den Wolken umherzucken, teilweise auch in die Türme einschlagen, steht ihr jetzt vor dem Turm. Vor dem Tor. Erstaunlich, in einer Stadt wie dieser übertrifft dieses Bauwerk doch nochmal alles. Unfassbar. Ich frage mich, wie es überhaupt noch steht. Magie. Schlichtweg. Magie. Das ist dem mal die Antwort, nicht wahr? Das ist dem mal die richtige Antwort. Ihr könnt auch gerade sehen, wie zwei der Türme, äh, gerade Iolaos ist natürlich bekannt, zum Beschwören eines Dämons braucht man einen, äh, siebenzackigen Stern, zum Entschwören einen fünfzackigen. Und, äh, gerade als du siehst, wie sich die Türme auf magische Weise verschieben, so hoch wie sie sind, äh, wird dir klar, diese sieben Türme sind die siebenzacken des Heptagramms. Ah, so irgendein neuer Dämon, der dir jetzt gerade beschwört werden soll, dieses, äh, äh, Heptagramm ist unglaublich riesig. Aha. Ein... Nein, es ist besser, aktuell nicht darüber nachzudenken. Gut, erbitten wir Einlass. Die beiden Magier, die ich getroffen hatte, redeten davon, dass es Dämonen ein Tor gibt. Ich denke nicht, dass wir einfach darauf zutreten sollten. Und man wird wohl kaum Zahlen der Kundschaft abweisen, oder? Definitiv nicht. Dennoch bin ich gespannt, wie wir die Aufmerksamkeit von einem Torwichter erlangen können. Ja, während ihr davor steht und nicht genau wisst, äh, was ihr tun sollt, über euch, äh, könnt ihr noch ein paar Statuen sehen, die böse auf euch herunterblicken, also definitiv belebte Statuen, Gargülen. Ähm, das Tor geht auf. Ein paar Zayadruhen, die glühen und, äh, ihr könnt in einem großen Innenhof sehen, äh, wo zwei Magier in schwarz und roter Robe auf euch zukommen und ein paar, äh, Beschwörungssymbolen auf der Robe. Ähm, ihr könnt es direkt riechen, wenn das Tor dann, äh, nach und nach aufklappt. Es riecht nach heißer Schmelzglut, nach metallischen Gerüchen. Ähm, Schwefeldämpfe, die sich hier ausbreiten und anderen miasmatischen Gerüchen, ähm, aber sie kommen erst mal auf euch zu und, äh, mit ihren Händen verschränkt, die Arme in den Kapuze geschoben, kommen sie dann auf euch zu. Ja, ich tritt auch einen Schritt auf die zu. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr habt euch also dazu entschieden, hier anzuwerben. Der Purnina, uns wurde bereits von euch erzählt. Hm, dem feurigen Vater zum Gruße. Ja, ich möchte mir die Akademie einmal genauer anschauen. Und ich bin interessiert daran zu lernen. Ich bin interessiert daran zu handeln. Selbstverständlich. Das Wissen hast du tauschen. Sehr gerne. Die Bibliothek steht euch offen. Äh, wenn ihr eine Ausbildung bei uns mögt, dann, nun, für Erstlinge würden wir 200 Dukaten pro Jahr nehmen. Bei armen Eltern gibt es natürlich so etwas wie einen Blutpack. Kommt doch erst einmal mit. Äh, ja, sie schließen euch so ein bisschen, äh, ein. Ne, und dass ihr dann in der Mitte steht und führt euch dann über den Hof. Könnt ein paar Schreie hören von Menschen. Hofft ihr zumindest. Es klingt zumindest entfernt menschlich. Äh, ein fernes Dröhnen aus dem Untergrund. Und die Erde bebt da ein bisschen und die Tore hinter euch gehen wieder zu. Wie gesagt, ähm, Blutpakt wäre auch eine Möglichkeit. Ihr könnt auch mit Familien, äh, Angehörigen bezahlen. Aber, wie gesagt, wenn ihr bereits eine Vorbildung habt, dann, äh, sei uns euer Wissen doch recht kostbar. Puniner Siegel, aber ihr kommt selbst nicht aus Punin. Ihr wisst nicht, wie man entspürt. Nicht. Richtig? Äh, grob. Es war Teil meiner Ausbildung. Allerdings nicht der Fokus. Mhm, ja. Der Fokus meiner Ausbildung lag eher auf der Hellsicht und der Metamagie. Metamagie, das sind sicherlich alles Zauber, die sich ganz vortrefflich in unserer Akademie machen. Ihr müsst wissen, wir haben, äh, von Carlotta den Auftrag bekommen, dass wir uns um die Antimagier kümmern. Wir sind quasi so etwas wie Anti-Antimagier. Ja, natürlich beherrschen wir auch das, wir spüren, aber, äh, das nur nebenbei. Was können wir für ein... Ich glaube, dass mir das Geschichten gehört, über die Akademie, die vorher hier stand. Also macht es Sinn, dass ihr Anti-Antimagie lernen wollt? Mhm. Ähm, wenn ihr mögt, ihr könnt euch natürlich gerne den Seminaren anschließen. Aktuell wird gelesen, Paraphernalia 3. Ähm, alternativ könnt ihr auch in die, äh, Laboreinrichtungen, äh, eigentlich auch einmal ansehen, die Alchemie, die aktuell gelehrt wird. Und Metalle des vorherigen Vaters, äh, Lektio, ähm, äh, Lektio... Nun ja, äh, lassen wir das erstmal sein, äh... Habt ihr etwas an der Alchemie? Ähm, ein wenig tatsächlich. Heute bin ich tatsächlich daran interessiert, nun, mich einmal umzuschauen. Das, äh, Turnier ist ja noch am Laufen und ich bin sehr interessiert daran, das zu beobachten. Doch, äh, der Hauptgrund, weswegen ich heute hier bin, ist, nun, um entsprechende Produkte der Alchemie eventuell zu erwerben. Selbstverständlich. Wir haben, äh, die Besten. Es wird zwar hier viel an, äh, Alchemiker angeboten auf den Straßen, aber, äh, nun, wir haben sicherlich die Besten Sachen, äh, die es hier zu kaufen gibt gegen Geld. Haha, das war mir bewusst. Deswegen bin ich auch zuerst hierher gekommen. Also gut, ihr müsst wissen, wir haben erst vor kurzem eine große Lieferung an Teriag bekommen, mit dem man auch exquisite Tränke herstellen kann. Aber, äh, warum seid ihr in Begleitung eines Herrn, äh, Dunkelsteiners? Euch sieht man sonst selten hier. Ich kämpfe im Turnier und bezahle den Mann, damit er einige... Ihr wisst schon. Magische Angelegenheit hat er mich regelt. Ausgezeichnet. Gut, dann werde ich euch etwas in der Akademie herumführen. Vielen Dank. Steuerung, die Akademie, der Tor, der Toreingang durch ein großes, ja, durch eins der Türme hindurch, die sich dann auch bewegt hatten. Man kann's hier den riesigen Innenhof sehen und dann jeweils, wo du hingehen möchtest, die verschiedenen Türme. Feuerturm, Lebensturm, Wind, Bücher, Balfemors-Turm. Wer Balfemor ist, könnte sowas wie eine Magiekunde klären oder eher sowas wie Sagen und Legenden, weil es dann eher um sowas wie die Sieben Gezeichneten geht. Balfemor selber, sonst weniger bekannt. Der Schmiedesturm und natürlich der infernale Schohe-Stern-Turm. Jetzt ist das Perspektive betrachtet. Möchte Yalan währenddessen irgendwelche Artefakte kaufen? Noch nicht, da ich die jetzt durchrechnen müsste. Gut. Die werden unter anderem sonst auch sowas wie T-Reakt-Drysen angeboten, die automatisch Lebenselixier in dich pumpen, falls es zu einem, naja, zu einem Unfall kommt während des Turniers. Du hast dich ja vorgestellt als Turnierteilnehmer. Ja, ich mache mir auch als nicht-anatomisch Bewanderter meine zwei, drei Gedanken dazu, wie die vermutlich eingesetzt werden und Lena ab. Ich hatte genug Erfahrungen mit Belharium, wenn es ist, Thomas hat mir gereicht. Ja, ihr werdet dann durchgeführt, wie gesagt, durch die einzelnen Seminar- und Vorlesungsräume. Es gibt ein paar Leute, je nach Turm, sowas wie Lektio 1, der Paktentscheidung des Lebens. Seminar Anti-Contraria 1, der Protektion des Kantos, der da wohl gerade, ja, mit vielen Beispielen gelehrt wird, auch, ja, zaubern innerhalb des Vorlesungssaals. Was vielleicht ein bisschen merkwürdig erscheint, gerade die Puniner waren ja eher die Theoretiker und du als, naja, als einzelnes Kind einer Privatgelehrten kennst es natürlich auch nicht so unbedingt. Und da hast du ein bisschen mehr Praxiserfahrung als die Puniner, aber dass man dann eben Vorlesungssaal zaubert, wo dann auch so kleine Hashtots oder sowas beschworen werden. Die Vorlesungssäle kenne ich tatsächlich weniger. Nun gut, ich habe an Punin selbst ein wenig unterrichtet, aber ja, als ich ausgebildet wurde, gab es maximal ein oder zwei andere Studiosi. So, so. Wir werden ja sehen, wenn ihr euch für uns entscheidet, dann werden wir uns mal abgleichen. Wenn du dann durch die verschiedenen Räume gehst, wie gesagt, die Bibliothek wird dir gezeigt mit vielen auch verbotenen Büchern. Es gibt hier wohl auch eine Ausgabe des Arcanums, geschrieben von Fran Horas, der dir natürlich auch etwas sagt, gerade als, ja, Horasier, beziehungsweise, ja, als... Zyklopäer. Zyklopäer, danke. Als Zyklopäer sagt dir der auch was, denn seine Tochter war auch Zyklopäerin, auch die wird immer noch hochgehalten. Auch der Sohn oder der Enkel von Fran Horas, auch der war Zyklopäer und dann ein großartiger Kriegsherr, der immer noch hochgehalten wird. Du siehst dann auch die Räume zum Beschwören von Chimären, Kreuzungen, die hier mit dämonischen Pflanzen und auch Menschen getan werden. Du siehst eine Chimäre aus einem Torwale und einem, naja, ist das eine Chorbestie? Ja, viele verschiedene seltsame Dinge, die dich erschüttern. Ich hatte gehört, dass solche Wesen existieren, doch nie gedacht hätte, dass ich so etwas noch mehr sehen kann. Vor allem, was dir auffällt, bei dem ein oder anderen Neuling, Scholar, siehst du einen Dämon, der sich um den Hals gelegt hat. Das ist wohl also eine Art Kontrollmechanismus und wenn du auch nachfragst, wird man dir erzählen, ja, eine Vorsichtsmaßnahme, die auch dir, das sagt man dir ein bisschen durch die Blumen, die würde auch dir dann angeraten werden. Oh, so etwas ist möglich? Hm, interessant. Verstärkt natürlich auch die magischen Kräfte des Anwenders. Man kann auf Gehörnte zurückgreifen. Sie verbessern die Leistungsfähigkeit durch einige Sporen, die sich in die Wirbelsäule binden, bohren. Dadurch haben unsere Scholaren, unsere Eleven etwas mehr Energie als üblich. Ist das nicht ungesund? Ach, ungesund, ungesund. Verzeih, ich kenne mich und frage ich nicht aus. Nur rein armatisch gesehen, Person-Probleme damit, definitiv. Ich meine, ihr lasst euch dort draußen auf dem Feld mit einem Schwert schneiden und das ist ebenso ungesund. Aber es heilt. Es wächst wieder zu. Ach, dafür ist Magisia nützlich. Ja, weitere Führung. Möchtest du irgendwas Bestimmtes, irgendein Buch oder möchtest du dich einfach nur umgesehen haben? Was ist der eigentliche Grund dann des Besuchers? Jetzt tatsächlich erst einmal umschauen. Mich ein wenig mit dieser Akademie bekannt machen. Doch ich plane definitiv noch einmal zurückzukommen, um die Bibliothek mir anzuschauen. Und aktuell, nun, wir haben nicht allzu viel Zeit. Deswegen würde ich auch gerne die Alchemiker erwerben. Und danach zum Turnier zurückkehren. Gut. Ich denke, die Führung wird auch eine Weile gedauert haben. Ja, selbstverständlich. Die Akademie ist riesig und nach drei Stunden könnt ihr dann wieder zurück eilen. Ja, ist ja, wie gesagt, ein bisschen nebenan. So nur ein paar Schritte von der Arena rüber zur Heptagon Akademie. Und so trefft ihr alle nach einem Mittagessen. Wie ausgiebig oder nicht entscheidet ihr selber. Wieder zurück zur Arena. Der nächste Kampf, der Zweiänder beginnt. Während ihr dann wieder eintrefft in der Arena, könnt ihr auch sehen, dass wohl eine weitere Prozession ansteht. Es wird heute verstärkt auf die Etikette geachtet. Und weitere Kriegsgefangene, die dann in die Arena gebracht werden, präsentiert werden. Diesmal handelt es sich nicht um eine Verbrennung, sondern um Gefangenen. Unter anderem ist dabei Udalbert von Wertling. Das ist derjenige, den ihr suchen müsst. Er wird dann einmal durch den Eingang der Arena geführt. An seiner Seite sind dann verschiedene Wachen, ihr Halkengardisten, die ihn begleiten. Auch die Söldnerführerin Tisana von Pericum wird dann irgendwo in seiner Nähe stehen und dann ihn nach oben bringen. Wo er dann auf einem Platz, naja, neben Carlotta irgendwo sich hinsetzen darf. Wird er also als Ehrengast gehandhabt. Wenn ihr dann euren Blick schleifen lasst, könnt ihr auch erkennen, wie Exzellenz Dexter Nemrod ohne Verkleidung dort oben steht und sich unterhält. Eine weitere Person, die ihr euch bisher nicht sagt, aber von der ihr gar schon gehört habt, wird hereingebracht. Leonardo der Mechanicus. Gemeinsam mit ein paar Konstrukten aus Eisen. Die stehlenden Schildkröten. Ein dämonisch besätes Konstrukt, beziehungsweise es sind viele. Ungefähr, auf den ersten Blick, elf, zwölf, zwölf Stück. Zwölf Stück rollen nach und nach hinein, unglaublich langsam. Das Kriegsgerät wurde zum allerersten Mal in der Schlacht, ja, in der Dämonenschlacht eingesetzt. Eine stehlende Schildkröte, etwa zehn Schritt lang und fünf Schritt breit, drei Schritt hoch, besitzt vorne zwei sichelbewährte Räder, mit denen das Konstrukt gelenkt werden kann. Und hinten ein Vortrieb, ein paar Insektenbeine, die herausragen. An den Seiten sind Haken und Spieße angebracht, splittern und klingen, die das Erklettern unmöglich machen. Im Inneren des Wesens befindet sich laut Ankündigung. Ihr könnt erkennen, Torx ist von Freigeist, springt umher und kündigt das Ganze an. Redet von sich selbst nur in der dritten Person, während er dann laut allen so verkündet, dass es jeder hören kann. Er lacht wieder ein bisschen fies, kündigt er an, dass sich wohl im Inneren des Dingens ein Akribal befindet, der das Ganze lenkt, beziehungsweise mehrere Akribalim, die in jedem einzelnen der Schildkröten sitzen. Und es gibt einen Steuermann, der mit dem Konstrukt verwachsen ist. Das ist eine Dämonenarche, wenn man so möchte, zu Land. Die Kampfplattform auf dem Dach der Schildkröte bieten einem halben Banner-Kämpfer und einem Geschützplatz. Zwölf Stück. Halbes Banner sind aber 25. Was habe ich gesagt? Wölf. Ja, genau. Also zwölf stehlende Schildkröten und ein halbes Banner, also 50 halbe sind 25, die darauf Platz nehmen können. Wird also Leonardo vorbeigeführt. Er selbst, unglaublich blutunterlaufende Augen, hat wohl lange, lange Zeit nicht geschlafen. An seinem Hals könnt ihr auch einen Ringer kennen, ebenso wie es bei Udalbert der Fall ist. Knechtet er sich hier wohl zu Tode seit vielen Jahren. Er wurde ja entführt aus Ravena und seitdem schuftet er hier und muss für Galotta seine widerlichen Experimente bauen. Seht euch das einmal an. Ich frage mich mit welcher seltsamen Magie die wohl betrieben werden. Überrascht euch das hier? Nicht sonderlich. Das wäre viel von kardiger, wenn es nicht so wäre. Über der Erfindungsreichtum, mit dem immer wieder vorgegangen wird, war nahe beeindruckend. Auf jeden Fall. Ja, soviel zur Prozession. Dann sollten wir Teilnehmer uns wohl alle aufstellen. Also, komm mal, Ritio. Na gut. Ich rumpel noch ein bisschen vor mich hin. Die Bauchwunde schmerzt noch ein wenig. Wahrscheinlich vor dem Tumschmerz. Aber ich begleite Jirudin zu seinem neuen Gefecht. Soll ich dich ein wenig stützen? Sieht nicht stabil aus. Es wird schon gehen. Wollt ihr wirklich in dieser Verfassung weiterkämpfen? Ich will nicht kämpfen. Ich will euch nur begleiten. Euch Mut spenden, könnte man sagen. Ach so. Mir war, als wärt ihr noch angetragen. Ich habe dies entfernen lassen. Nun gut. Das macht keinen Sinn. In meinem Zustand zu kämpfen. Nächstes Mal pariert nicht mit dem Bauch voran. Ich werde das im Hinterkopf verhalten. Oh, dann begebe ich mich zu meiner Aufstellung. Und es wird wieder gewählt. Ich frage mich, ob ich dazu diesmal komme, jemanden zu wählen, oder ob ich wieder gewählt werde. Diesmal wird nicht gewählt. Es sind einfach weniger Leute als Patschwert und Schild. Das scheint wohl mit der wichtigste Kampf zu sein. Wir haben normalerweise bei euch nur für den Adel vorbehalten. Ja, es liegt einfach daran, wer sich hier eintragen lassen will, kann das tun. Es wird aber gelost in diesem Fall. Und dir zugelost wird ein kleiner Grollm, den du schon kennst. Grollmix? Grollmix? Ja, genau. Der ist es. Leidt ihr das da hinter dem Helm? Ja, verdammt. Ich bin es. Kommt auf dich zu. Warum seid ihr hier? In einer wandelnden Rüstung, die wohl viel zu schwer ist, eine Gestächrüstung auf einen Grollm angepasst. In seiner Hand kannst du sehen, ein kleiner Dolch. Das ist kein Zweihänder. Ihr könnt doch nicht mal aus der Schulterhöhe fallen, ohne euch zu verletzen. Warum seid ihr hier? Ihr habt mich doch eintragen lassen. Bitte. Wir beide haben unsere Geschäfte miteinander geklärt. Ich habe keinen Grund, mich an euch zu rächen. Ja, ich war es zumindest nicht. Irgendwer hat meinen Namen drauf geschrieben. Und ich weiß nicht, wer es war, aber verbreitet nicht das Gerücht, ich wäre das. Niemand soll sagen, ich würde meine Schulden doppelt erbrechen wollen. Gut. Gut. Dötet mich bitte nicht zu schnell. Ich kann das ja nicht. Ich nehme nur Tranteil, damit ich... Nun ja, ich habe gegen mich selbst gewettet. Bring mich, wie gesagt, nicht um. Und wenn ihr den Kampf gewinnt, wartet auf euch ein hübscher Batzen Gold am anderen Ende. Was? Nein. Ihr müsst gewinnen. Ihr müsst gewinnen. Meine, meine ich auf Verzeihung. Wie gesagt, ich habe gegen mich selbst gewettet. Und dann? Das ist eigentlich verboten. Also gut. Muss ich noch irgendwas sagen? Ihr müsst mir sagen, mit welchen Waffen jetzt teilzunehmen gedenkt. Hier, mit dem Dolch. Akzeptiere dies. Ich werde mit dem Schwert zu zwei Händen kämpfen. Bitte bringt mich nicht um. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich bin erst drei. Blinzeln ein paar Mal. Wie alt, sagt ihr? Drei. Ich bin erst erwachsen geworden. Ich würde mit dem Kopf, nehme mir vor, bei hinreichender Freizeit nochmal dieses Buch über Gräume durchzugehen. Und neben einem Ringaufstellung. Kurz vorher noch bei meinen Kameraden vorbei. Das ist hier schade, eine klare Sache zu werden. Ein Junge will verlieren. Seid vorsichtig, diese Gräume, die kann man nicht trauen. Starcard. Du kennst doch ein paar Buchmacher, oder? Ja, wieso? Hm, du könntest nicht zufällig eine kleine Summe auf mich setzen. Wenn du mir diese Summe geben würdest? Hm, natürlich. Da ich wissen, wie sie solltest, habe ich kein Geld. Setz 100 auf meinen Namen. 100? Alles klar. Nimm mich mit, Starcard. Alles klar. Und besorgen wir eine gute Quote. Ja, ich versuch's. Ja, die Quoten sind sowieso auch mal wieder auf Yerodin, auf Yalan. Das heißt, auch da wirst du nur 10% bekommen. Das heißt, wenn du eine Dukate setzt, dann, wenn du gewinnst, bekommst du 1 Silber. Immer jetzt 20 Dukaten auf Yalan. Ich hab gehört, dieser Gräume soll richtig stark sein. Der, wenn du auf den Gräume setzt, bekommst du 20, also mal 20. Du setzt eine Dukate, bekommst 20 ausgezahlt. Okay, dann setzt Yalans 100 Dukaten auf ihn und 1 Silber auf den Gräume. Gut. Möchte noch irgendjemand mitwetten? Den Dukaten haben oder nicht haben? Dann sonst schweige er jetzt. Ölma hat er was gesagt? Ich setz da noch 4 Dukaten auf den Gräume. 4 Dukaten auf den Gräume und wie viel? 20 auf Yalan? Ja. Ja, okay, gut. Dann, äh, nichts geht mehr. Die Werten sind fest. Der Kampf beginnt. Sie hatte verblüht, nichts geht mehr. Initiative. Initiative. Ja, den nehm ich. Äh, Moment, Kampf. Initiative von 5, äh, 18. Dann ist der Gräume als erstes dran. Äh, ja, wie gesagt, er hat ein Exoskelett an. Ach, komm, ich ziehe vor. Gut, äh, wie gesagt, er würde sonst auf dich zuhumpeln, du ziehst vor. Mhm, wir machen das relativ schnell. Ich mach erstmal einen gezielten Stich. Und dann, wie viel hat er Gesamtrüstung? Äh, seine Gesamtrüstung, äh, verrate ich dir gleich. Kannst den gezielten Stich erstmal würfeln. Okay, dann würfel ich ihn mit der normalen Dreier. Schweren lassen, du rechnest dann die halbe Rüstung drauf. Ich könnte maximal, äh, 26 Punkte Rüstung durchstechen. 26? Nein. Mhm. Dann, äh, versucht er, das Ganze zu parieren. Autsch. Ja, dann pariert er auf die 7. Äh, nee, weil sein, äh, Waffenmodifikator ist minus 1. Er schafft's. Oh, er schafft's. Er schafft's. Mein Schwert schafft's. Groll wächst, Groll wächst. Ah, dann kann er sein... Ah, ja, du stichst zu. Ähm, er... Äh, ja, so sein Dolch wird er nicht dazwischen halten. Äh, du gleitest wohl an diesem Schuppen. An den Schuppen gleitest du ab und stichst daneben. Er ist einfach viel zu klein für dich. Äh, wirklich pariert hat er nicht. Aber, äh, du wunderst dich ein bisschen. Und dann kommt sein kleiner... Okay. Äh, äh, er berührt dich mit dem Dolch. Berührt mich mit dem Dolch? Auf Distanz, dass er ist? Äh, ja, er... Zumindest, zumindest versucht er dann eben, nachdem du dann zugestochen hast, versucht er mit seinem kleinen Dolch nach dir zu pieksen. Denn... Okay. Schafft er nicht. Das darf er gar nicht. In über zwei Distanz lassen kann man nicht angreifen. Aber ich wollte dich jetzt befinden lassen. Und, äh, ich möchte hier... Ich möchte dann hier wieder rausgehen. Also, relativ zügig, denn... Naja. Bin mir schon ein bisschen beleidigt von ihm. Entsprechend stechen wir einfach nochmal gezielt. Mhm. 32 Punkte Rüstung durchstechen. Mhm, er versucht das wieder zu parieren. Goll, wix, goll, wix. Wo hat er dann gerade angegriffen hat? Achso, nee, stimmt. Du hast recht. Ja, kann er gar nicht. Der ist Waffenmeister. Ich steche ihm ins linke Bein. Also, gerade so knapp überhalb der Hüfte finde ich vermutlich ein... Äh... Ein Scharnier, dass das nicht gar so gut zu ist. Und dann kriegt er 14. Dann ist er auch so... Denkt an Wunschwelle minus 2. Das sind bestimmt viele Wunde davon. Also, er hat Glasknochen. Das ist Wunschwelle minus 2. Er hat eine Konstitution von 7. Äh, 7... Äh, ist erst... Er hat eine Wunschwelle von 1. Warte, 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 warte. Der kriegt also jetzt 13 Wunden. 13 Wunden und er hat sowieso nur Lebenspunkte 14. Beschreib, beschreib, beschreib die Szene.